Die Tanzfläche kann ein magischer Ort sein. Ein Ort, an dem Funken sprühen und Herzen höher schlagen. Für Corinna Camper und Danilo Campisi war es der Ort, an dem ihre Liebesgeschichte begann. Sie, eine erfolgreiche Rennfahrerin, bekannt für ihre Geschwindigkeit und Furchtlosigkeit. Er, ein Profitänzer mit Grazie und Rhythmus im Blut. Sie trafen sich am Set von Dancing Stars, einem österreichischen Tanzwettbewerb. Damals ahnten sie noch nicht, dass diese zufällige Begegnung ihr Leben für immer verändern würde. Corinna, gewohnt an den Adrenalinrausch der Rennstrecke, fühlte sich von Danilos Leidenschaft und Kunstfertigkeit angezogen. Danilo, an das Rampenlicht gewöhnt, war fasziniert von Corinnas Bodenständigkeit und ihrem Kampfgeist. Woche für Woche steckten sie ihr Herzblut in ihre Auftritte, ihre Verbindung vertiefte sich mit jeder Drehung und jedem Schritt. Die Chemie zwischen ihnen war unbestreitbar, sowohl auf dem Tanzpaket als auch abseits davon. Für alle war klar, das war mehr als nur eine Tanzpartnerschaft. Mit dem Fortschreiten des Wettbewerbs entwickelten sich auch ihre Gefühle füreinander. Aus langen Probestunden wurden verstohlene Blicke und gemeinsames Lachen. Sie unterstützten sich gegenseitig bei Herausforderungen und feierten ihre Erfolge. Die Tanzfläche wurde zu ihrem Zufluchtsort, einem Ort, an dem sie dem Wettbewerbsdruck entfliehen und einfach sie selbst sein konnten. Ihre Bindung wurde mit jedem Tag stärker. Sie fanden Trost in der Gesellschaft des Anderen, ein gemeinsames Verständnis, das ihre unterschiedlichen Welten übertraf. Er führte sie in die Schönheit der Bewegung und des Ausdrucks ein. Sie wiederum zeigte ihm den Nervenkitzel, das Leben auf der Überholspur zu leben. Es war eine stürmische Romanze, genährt von Leidenschaft, Bewunderung und gegenseitigem Respekt für das Können des Anderen. Corinnas 30. Geburtstag stand vor der Tür. Danilo wusste, dass dies die perfekte Gelegenheit war, ihre Beziehung auf die nächste Stufe zu heben. Er wollte diesen Moment für sie unvergesslich machen. Heimlich plante er einen romantischen Heiratsantrag und holte sich die Hilfe ihrer Familie, um ihn zu etwas ganz Besonderem zu machen. Am Abend ihres Geburtstags, umgeben von ihren Liebsten, ging Danilo auf die Knie. Mit Tränen in den Augen schüttete er sein Herz aus und versprach ihr ein Leben voller Liebe, Lachen und unerschütterlicher Unterstützung. Corinna war völlig überrascht. Ihre Augen füllten sich mit Freudentränen, als sie das schönste Wort der Welt flüsterte, ja. Die Nachricht von ihrer Verlobung verbreitete sich wie ein Lauffeuer und versetzte die Fans in helle Aufregung. Das Paar blieb jedoch bodenständig und konzentrierte sich darauf, eine Hochzeit zu planen, die ihre Liebesgeschichte widerspiegelte. Sie wählten die malerische Südsteiermark als Kulisse für ihre Hochzeit. Bekannt für ihre sanften Weinberge, charmanten Dörfer und weltberühmten Weine, hatte die Südsteiermark einen besonderen Platz in ihren Herzen. Es war ein Ort, der Romantik, Ruhe und die einfachen Freuden des Lebens verkörperte. Sie stellten sich eine Hochzeit vor, die sowohl elegant als auch intim sein sollte, ein Fest ihrer Liebe, umgeben von der Schönheit der Natur. Kapitel 5 Mein Tornado, mein stilles Wasser. Eine Liebesgeschichte mit ihren eigenen Worten. Corinna und Danilos Liebesgeschichte ist eine Geschichte der Gegensätze. Sie, der feurige und abenteuerlustige Geist, der immer wieder Grenzen überschreitet. Er, die geerdete und geduldige Seele, eine beruhigende Präsenz in ihrem turbulenten Leben. Sie beschreiben sich gegenseitig auf eine Weise, die ihre einzigartige Dynamik perfekt einfängt. Danilo ist mein Fels in der Brandung, mein stilles Wasser, sagt Corinna, und ihre Augen funkeln vor Zuneigung. Er bringt Ruhe und Stabilität in meine oft chaotische Welt. Er versteht mein Bedürfnis nach Geschwindigkeit, meinen Wunsch, das Leben nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben. Kapitel 6 Liebe liegt in der Luft. Romanzen unter Prominenten. Ihre Liebesgeschichte spielt vor dem Hintergrund anderer Promi-Romanzen. Die Welt schaut zu, wie die Liebe auf roten Teppichen erblüht, und das Getuschel über Verlobungen und heimliche Hochzeiten füllt die Klatschspalten. Mariah Kennedy Cuomo hat kürzlich in einer aufwändigen Zeremonie den Bund fürs Leben geschlossen, während Skilegende Hermann Meyer ein mit Stars gespicktes Rennen veranstaltete. Doch die Romanze zwischen Corinna und Danilo sticht heraus. Sie ist ein Beweis für die Kraft der Verbindung, für die Schönheit, die Liebe an den unerwartetsten Orten zu finden. Ihre Geschichte findet nicht wegen ihres prominenten Status bei den Fans Anklang, sondern wegen ihrer Authentizität. Sie erinnern uns daran, dass die Liebe keine Grenzen kennt, dass sie selbst im Chaos des Rampenlichts erblühen kann. Kapitel 7 Eine Welt aus Tanz und Geschwindigkeit Corinnas Bedürfnis nach Geschwindigkeit In Corinnas Leben ging es schon immer darum, Grenzen zu überschreiten. Als Rennfahrerin lebt sie vom Adrenalin. Der Nervenkitzel des Wettbewerbs fließt durch ihre Adern. Mit Präzision meistert sie Haarnadelkurven. Ihr Blick ist unerschütterlich, während sie der Ziellinie entgegenrast. Ihre Berufswahl spiegelt ihren furchtlosen Geist wider, ihre Entschlossenheit, Barrieren zu durchbrechen und Erwartungen zu trotzen. Doch unter dem Helm und dem feuerfesten Anzug verbirgt sich eine Frau mit einem Herz aus Gold, die sich nach Liebe und Geborgenheit sehnt. Ihre Reise bei Dancing Stars ermöglichte es ihr, eine andere Seite an sich zu entdecken, Verletzlichkeit und Anmut zuzulassen. Kapitel 8 Danilo ein Leben im Zeichen des Tanzes Danilo hingegen hat sein Leben der Kunst des Tanzes gewidmet. Seine Bewegungen sind flüssig und ausdrucksstark, sein Körper ein Gefäß für das Erzählen von Geschichten. Er hat unzählige Bühnen beehrt und das Publikum mit seinem Talent und seiner Ausstrahlung in seinen Bann gezogen. Tanzen ist für ihn nicht nur ein Beruf, sondern ein fester Bestandteil seiner Persönlichkeit. Es ist für ihn eine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, Emotionen zu wecken und Momente der Schönheit zu schaffen. Seine Geduld und Hingabe zeigen sich in seinem Unterricht, wenn er seine Partner mit sanfter, aber bestimmter Hand führt. Kapitel 9 Dancing Stars ein Sprungbrett für die Liebe Dancing Stars ist mehr als nur ein Tanzwettbewerb. Es ist eine Brutstätte für Romanzen. Die Geschichte der Show ist voll von Paaren, die sich inmitten der Proben und Auftritte ineinander verliebt haben. Die intensive Atmosphäre, die gemeinsame Leidenschaft für den Tanz und die unzähligen Stunden, die man miteinander verbringt, schaffen eine einzigartige Bindung zwischen den Kandidaten. Kein Wunder, dass die Funken sprühen und Herzen höher schlagen, wenn sich zwei Seelen auf einer so tiefen Ebene begegnen. Kapitel 10 Der Zauber der Südsteiermark. Eine perfekte Kulisse für die Liebe. Die Südsteiermark mit ihren sanften Hügeln und Weinbergen, die sich so weit das Auge reicht erstrecken, ist eine Region wie aus dem Märchenbuch. Die Luft ist erfüllt vom Duft reifer Trauben und der sanfte Wind trägt den Klang klirrender Gläser aus nahegelegenen Weingütern herüber. Es ist ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint, an dem man dem Trubel des Stadtlebens entfliehen und zu sich selbst finden kann. Der Ruf der Region für ihre außergewöhnlichen Weine trägt zu ihrer romantischen Ausstrahlung bei und macht sie zum perfekten Ziel für eine Hochzeitsfeier. Kapitel 11 Mit Blick auf die Zukunft. Ein Leben voller Liebe und Lachen. Corinna und Danilo schlagen dieses neue Kapitel in ihrem Leben mit einem Herzen voller Liebe und Aufregung auf. Sie haben ineinander eine Liebe gefunden, die ihre Unterschiede überwindet. Eine Liebe, die ihre Individualität feiert und ihre Träume unterstützt. Ihre gemeinsame Reise hat gerade erst begonnen und Fans auf der ganzen Welt warten gespannt auf einen Blick in ihr glückliches Leben. Eines ist sicher, ihre Liebesgeschichte, die auf dem Tanzparkett begann, wird uns auch weiterhin inspirieren und daran erinnern, dass manchmal die Schuhe